Nach endlos langen Warten ist es endlich soweit. Hallo, schön, dass du dabei bist. In diesem Video geht es um das zweite Event Science Party. Wir gehen in unser Urmenü auf Challenge. Hier haben wir einen guten Überblick über die Challenge. Hier unten sehen wir zum Beispiel den Challenge Fortschritt. Als erstes gehen wir hier ins Science Department. Hier ist quasi wieder das Hauptcenter. Und hier hinten ist auch so ein Power Chord, den man finden muss. So ein Geschenk. Hier. Dieses Geschenk suchen wir. Die Geschenke, also die Power Chords, die schalten dann hier unten den Fortschritt frei. Und man kann dann gratis hier die Geschenke bekommen. Wenn wir hier auf View All Rooms klicken. View More. Dann sehen wir hier, das sind die Räume, wo diese Ultra Chords, also die Geschenke, versteckt sind. Wir starten mit Virtual Rush. Im Raum angekommen, gehen wir hier durch diese Tür. Wenn wir dann ins Spiel angekommen sind, müssen wir hier in den Gebäude rein. Hier hoch. Und hier seht ihr diesen blauen Strich, da müsst ihr rein. Und hier drin ist das Geschenk. Weiter geht's mit Golden Auer. Viel Spaß. Im Raum angekommen, sehen wir schon hier vorne natürlich das Päckchen. Yay. Und ich booste auch für 200. Das gibt viele XP's. Seht ihr, jetzt sind wir schon bis 60 vorgesprungen. Um die Sachen zu kriegen, müsst ihr hier dann auf Claim klicken. Dann spawnt die Kiste vor euch. Wenn ihr mal eine Frage habt oder ich mal irgendwas erklären soll, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Das war das Video über das Event Science Party. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, über ein Däumchen würde ich mich freuen. Tschüss und bye bye. Tschüss. Tschüss undespère. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020